Ich engagiere mich bei World Vision, weil ich selbst das Glück hatte, immer auf der Sonnenseite zu stehen. Und von dieser Sonne möchte ich gerne ein bisschen weitergeben können. Und ich habe mich vor Ort bei meinem Paterkind selber überzeugen können, wie World Vision einen guten Job macht. Wie diese Arbeit gut ankommt und wie World Vision Leute den Ärmsten ermöglichen, auch ein lebenswerteres Leben zu führen.